Es ist nicht wichtig, dass du ein guter Mensch wirst. Es ist nicht wichtig, dass du ein erfolgreicher Manager oder Unternehmer oder Künstler wirst. Das alles ist nicht wichtig. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass du ein glückliches Leben führst. Alles ergibt sich dann von ganz alleine. Wenn es zu deinem Glück beiträgt, ein erfolgreicher Künstler oder Manager zu werden, dann wird es geschehen. Einfach, indem du deinen Fokus darauf richtest, dass du glücklich bist. Du musst nicht einmal dafür sorgen, dass du andere retten kannst oder dass andere glücklich werden. Wenn du ein glückliches Leben führst, dann wird es sich automatisch ergeben, dass auch andere glücklich sein können. Alles ist verbunden und entweder wirst du eine Inspiration für die anderen sein, sie werden sich ein Beispiel an dir nehmen oder du wirst auf irgendeine andere Weise dazu beitragen, dass andere auch glücklich sind. Alles ist verbunden. Und wenn du deinen Fokus darauf richtest, ein glückliches Leben zu führen, wirst du all das in dein Leben ziehen, was dazu führt. So einfach ist das. Der einzige kleine Schlüssel, der einzige Wegweise, dem du folgen musst, ist, wie werde ich glücklich? Wie kann ich ein glückliches Leben führen? Nimmt das nicht super viel Stress weg von dir? Das hoffe ich und das würde mich freuen. Mehr Tipps zum Glücklichsein gibt es in meinem Buch Pia und das Glück und das gibt es auf Amazon.